Yo Leute, was geht? Wir spielen wieder in der Grunde CSGO. Heute mit dabei der Nose-Killer, der Perry und der Till. Moinsinn, ihr habt ja hochmotiviert, die Rampe. Till ist nebenbei Nathans hier mit dem Esel-Tag vor und wir haben natürlich ein Random, weil Antje wollte keiner der Zuschauer mitspielen oder ist keiner nachgejoint, schade eigentlich. Oh, außen kommt was. Aber nur einer, glaube ich. Oh, die Bombe sind drei Rampe. Außen sind ein paar Flashes geflogen. Bei der Rampe sind zwei. Drei. Rampebombe. Wir gehen runter, wir gehen runter. Einer springt. Einer springt. Zwei. Zwei springen runter. Das ist schon unten. Mann, ich hab das Planten-Dunge gehört. Ich hab den Sound bisschen leiser gemacht. Ich hab bei mir den Sound bisschen leiser gemacht, damit ich Team-Speak, damit man alle Leute Team-Speak hört. Und ich hab grad das Planten absolut nicht gehört. Ja, ungefähr so geht's mir andauernd. Jetzt komm ich ganz nah aus. Aber egal, eine Gunde ist keine Gunde. Deswegen, weiter geht's hier einfach. Ich geh diesmal raus. Oh, wir kommen. Wir haben drei Rampe. Ich? Ich hab einen Shotgun. Ach, hast du schon gekauft. Lobby sind auf jeden Fall ein paar. Tür. Da sind welche drin. Einer ist tot. Einer ist unter dir. Oh, einer ist am- Rampe. Zwei Rampe. Drei Rampe. Sind die nach unten gegangen? Zwei nach unten, einer ist oben geflogen. Wow. Die Bombe liegt da im Ufer. Die Bombe liegt bei B. Okay. Kannst du Schach decken? Ja, bin ich. Und... Der ist mit der Pumpe im Schach. Ja. Okay. Komm, Tür oder Fenster, locker links von... Nein, da brauchst du Schach, brauchst du nicht gucken, der ist da. Doll. Oh, ich hab einen Lecker. Ich hab einen Lecker. Oh mein Gott. Hast du gesehen? Junge, 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 war das ein Lecker. Ah, ich hab zum Glück eine Waffe von denen noch. Ich konnte, ich konnte zwei im Tür, also über der Tür filmen. Und dann hatte ich zum Glück noch eine Waffe. Mega, mega klar. Ich geh jetzt wieder. Ja. Au. Ah, geh ich. Ich komm mit zwar. Ich weh immer Rampe. Luca, gehst du dann mit? Komm. Mhm. Wir haben jetzt keine Waffen mehr, ne? Komm, Deiner. Wir haben Waffen. Wir haben Waffen. Bombus Rampe. Down. Da hinter der Tür ist noch einer. Einer ist da hier noch. Also, tolle Neck gefrissen. 2A ist einer. Geht jetzt runter, in den Schacht. Okay, das ist der Letzte dann. Der Letzte ist grad Richtung Schacht gewesen. Wegen von der AK oder so. Ich hab noch vier Schuss mit der. Bleib einfach bei der Bombe. Der ist unten. Der ist unten. Ja, da Luca war der bei den Türen. Ich hab noch drei Schuss. Könnt ihr hinter dir kommen, im Schacht. Luca, der wird rechts sein. Der ist im Schacht. Ich hab ihn gehört. Boah, er hat den letzten drei Schuss noch. Der Waber angeht. Zum Glück. Das, das ist das Konische bei der Waffe. Die ist mega Ziel. Genau. Macht auch guten Schaden. Ist auch noch Schall gedämpft. Also, du siehst nicht woher. Aber die Munition ist mega cool. Lass uns nur noch 6 zu Schuss. Ich werd mal Catwalk außen gehen. Till, du sagst mir ja, wenn die oben sind, ne? Jaja. Äh, wenn die auf A sind. Die sind außen, zwei Leute. Mega angegriffen. Also sag, wenn die Halle gehen oder runter gehen außen. Jaja. Noch sind die außen. Okay, einer ist jetzt durch. Sind aber noch nicht runter gegangen, glaub ich. Ja, ich hab B, ich hab B. Einer ist down. Einer ist noch Scout außen. Zwei Leute außen. Oh, der hat mich schon gebetet. Mit Bombe. Boah, ich save weiter in A. Ja. Jaja, ich hab B. Ich hab B. Wir wirfen die ganze Zeit alle Flashes, ihr Mucker. Ich war das. Ich war das. Aber ich hab die Flashes. Ich hab die Flashes. Hier ist alles hier. Wir haben außen alle. Oh, ne ist noch einer. Richtung Spawn. Okay. Ich camp beim Secret. Ich camp mal die Blobby. Bombe ist down. Ich hab nur noch 8 Schuss wieder. Ja, der ist Blobby. Ich hoffe, er ist so mega übertrieben genau. Die gefällt mir. Also ich mag wirklich die M4, aber die hat zu wenig Schuss. Ich hab grad wieder keine Schuss. Für den letzten letzten nicht mehr gedacht. Ich kann echt überlegen, ob man die mitnimmt. Luca, ich hab geflasht, weil die am Container waren. Ich hab ziemlich viel von der Flashes. Wie bitte? Ich hab ziemlich viel von der Flashes. Ja, aber der Gegner auch. Ich wusste nicht, dass du da oben warst. Der Lobby sind welche? Außen ist Clear. Bei der Lobby und bei mir an der Tür ist einer. Ich komm mal mit nach A aus. Und es scheint ein Plattrier zu sein. Bleibst du auf A? Ja, ja, ich bleib hier. Wow, nice Flash. Bei der Tür sind wir jetzt. Oder ich hab diesen Bug. Äh, meinte. Was ist das, ey? Wir geben uns alle gegenseitig Headshots erstmal. Sorry, sorry, sorry. Ich hab irgendjemandem Headshots gegeben. Ich hab dir irgendwie Headshots gegeben. Äh, Truck T spawns was einer. Ich geh checken. Ich hab den Ball wieder. Hat der Peri beide abgestoppt. Abgestoppt. Abgestoppt Mama. So. Blind Donate, was kaufe er noch? Na, Brand Donate, die kau ich sonst nie. Die schmeiß ich immer auf Rampe, damit die nicht rushen. Kannst aber auch in der Smoke-English hinwerfen. Weil wenn die aus einer Smoke-Dose kommen, sehen die absolut gar nichts. Dann zieht ihr die meisten. Ja, aber wenn die durch die Brand-Granate laufen, brauchen die noch ein oder zwei Hits. Und natürlich auch wieder. Oh, ich lebe mir jetzt meine Blend-Granate sogar auf. Au, ausgefangen hast. Die knallen sich gegenseitig. Ich bin noch mehr mit dem. vibrations-Granate. Die Davon. Flasch-Bang. Aaaaach. Da ist shotgun. Hat er die Spide weggeriefdrehen? Ja. Mit der shotgun. Wow. Da hat er auch die Bombe. Okay. Der ist nach unten wahrscheinlich gegangen. Ja, wahrscheinlich Doch, der ist unten Wo? Bei dem Fenster grad Ja Du hast nicht mal einen Assist bekommen Naja, obwohl der überhaupt Blut von mir ist Ja, man Ja, obwohl ich seinen Kopf getroffen hab Du brauchst, glaub ich, über 50 Schaden, dass du Assist bekommst Glaube ich Ich bin mir nicht sicher, aber ich mein schon Dass du auf der Grund, wieso immer nur einen Assist bekommst Weil sonst, wenn du 5 Leute anschießt, müssen ja 5 Leute Assist bekommen Hallo Ist doch gut Wir haben über 50 Produktion, könnten nur einen aus Dann kommen die raus Äh, HWP-Rampe Einer ist, äh, schon auf die Grove Nein, darfst du auch nicht laufen Probier Bombe liegt Unten Moaah A, WP-Radio Könnte Rampe gehen Letzte A, WP Könnte CAT sein Ne, das ist hier Wer kommt jetzt um die Ecke Oh nice Einer HWP, Neeee Ich geh mal nach außen mit ner Aave. Ich kann die Granate nicht fallen lassen. Ich hab da voll die geiles Firegrain nicht verloren. Ferry, geht aus ne Woche? Nö. Ja? Nein, nein. Du gehst nach außen? Hm. Dann geh ich nach außen. Außen ist einer. Einer ist nach unten durch. Also einer... Ja, einer ist nach unten. Okay, ich bin tot. Ja, ja. Bomb ist aber oben, blau. Einer geht Secret lang. Bomb ist aber... Vorraum. Okay. Ach, der und seine... Scheiss Shotgun. Nein! Die könnten von links kommen beide. Oder von unten. Ja, super. Die werden auf A-Branden. Bomb has been planted. Sollte sind zu... Nein, ich sag dir auch nix. Jetzt wieder einer. Ja, sonst wäre ich könnte Tabi da. Einer ist slow. Einer ist slow. Nice. Einer hat von denen 20 HP oder so. Das One-Shop. Unter dir, Luca. Okay, der letzte hat nur 20 HP. Okay. Fake einmal an den Defuse. Schaff, schaff, schaff. Oder... Ne, hinterher, 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 hinterher. Über dir. Jetzt schnell defuse ihn, defuse ihn, defuse ihn, defuse ihn, defuse ihn. Geht nicht mehr. So, jetzt sind wir geschafft. Nein. Nein. Der hat nur defuse-git. Ach so. Ich muss immer defuse-git kaufen. Ja. Kann mir linken? Ja, Luca kann linken. Ja, ich hab mir auch geblieben. Cool. Willst du hier meine Auge? Nö. Aber war trotzdem mit Luca gut gespielt. Love it! Love it! Ja. Damals konntest du die Laufen unter dem Zaun durchschießen. Das war immer mehr lustig. Wenn du den anderen so die Waffen mitgeschossen hast. Diesmal rusht keiner, ah? Ist jemand außen? Ja. Dein Lobby sind noch welche. Der ist kein Schwindrampel. Bombe down, außen. Der mit der Schrollflinte ist, in dem kleinen Haus, bei A. Außen, brauch ich Hilfe. Komm. Ich bin oben. Bombe liegt hier außen. Stopp oben auf dem Dach. Oder die wird schon gepickt. Weiß ich nicht. Was hast du denn für eine WP? Dir? Die komische WP hier. A. Oben. Auf A. Ja, der hat aber Schachtel auch. Man kann sein, dass der runter ist. Also entweder ist der rechts. Oder ist der Mate. Oben ist der auf jeden Fall nicht. Scheiße. Haha, nice Luca. Boah, Luca. Luca vernichtet. Im Nahkampf ist das bei der, ähm, was war das? Bull Pop oder die Giga Face? Es ist so, dass sie schneller schießt, wenn ihr nicht anzoomt. Also im Nahkampf. Krass. Man muss zoomen und Einzelschuss machen. Das ist krass. Das ist krass. Ich hasse ihn. Einer zu meiner Hasswaffen. Deploying Decoi. Ach, jetzt weiß ich, wo du A.O. meinst. Du meintest, der ist so ein normaler. Ich dachte, der wär ganz um auf dem Ketter oder so. Decoi. Smoke. Deswegen hat mich das gewundert. Boah, geile Smoke. Boah. Aber, wir haben Joker Luca geklärt. Ich hoffe, ist jemand. Till, kannst du die andere Seite bewachen? Einer ist unten da. Die sind aus. Die sind aus. Bomben waren wir noch nicht, ne? Ja. Der war im Schacht, der letzte. Das waren die Schachter rauswerfen. Dabei war der eigentlich ganz gut so. Der ist gut durchgedrungen. Die spielen noch nicht im Team zusammen. Das ist deren Fehler. Ja, die schlägen wahrscheinlich nur. Ja, die haben ja eben auch geteamed. Und so. Ne, Luca. Kennst du den vorher? Ne. Ey, Luca wird noch laut deswegen geklickt. Der Luca ist mal mega leise in CS, ne? Bei, 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 bei DZ plappert er, wie und weiß nicht, plappert mein Maul? Ich plappert auch bei Log so viel. Ich muss mich hier konstant spielen aus. Und wenn wir zusammen spielen allein dann ist er auch mal laut. Ferry, ich soll meine Schusspann. Sorry. Also, aus Diepa leben brauchst du nicht. Ne. Du bist auch noch viel. Ja, ne? Begleiche ich dich. Bei den Eingang, Eingang kommt jetzt, Lukas. Oh krass, wieder mit der Schatten. Du bist letzter, der geht Rampe. Mit der Bombe. Ach, der bestimmt gleich einfach nur um Eingang macht. Nee, der ist für mich ungegangen, der ist A. Der Till, der macht das. Der ist professionell. STILL! Wie ich's gesagt hab, ey. Alter, ich kann das Schwatten. Meen, still. Habt ihr den gesehen? Nö, na? Nö, du hast auch nicht mehr links geguckt. Du bist aber auch so gelaufen, dass jeder wirklich wusste, wo du bist. Während der die ganze Zeit geschlichen ist. Ich hab eben einen neuen P90 bekommen, sieht voll geil aus. Wie sagt ihr? Bei CS 50% N, 50% Zaun. Wenn du weißt, wo der Gegner kommt, warst du eigentlich... ...einfach den übelsten Fall. Deswegen würde ich niemals losen. Oh, ich hab die Netto gesehen. Was ist drin? Ich habe keine Ahnung, ich werde überraschend. Was ist drin? Ja. Wie kommt raus? Der Schotter ist nicht Ja Aber der wartet da noch Kass Die Maschine ist der Bombo in Bombo down Ich habe noch Teele Komm noch Teele Till Links Halt die Fresse Wo bist du Till? Gerade im Schach Kannst du die Schächte bewachen? Dann guck ich Rampe Oben ist einer Gerade waren die bei A Ok Ja Bombo ist hier Die müssen eh hier Ja Er sich Till immer vor der Schrecke Als ich gesagt habe Einer ist down Warte Er ist voll zusammengezuckt Die Maus ist 10m weiter weg Höhöhöhöhöhöhöhöhöhö Hat der aber ohne Schatz dann geschossen Ne ne Einmal so Till weil er nicht um die Ecke geht, und ich rauche nur Till, und Tills Maus geht erstmal auf die andere Seite des Bildschirms, der ist einfach komplett um sich gedreht und voll zusammengezuckt. Ja, fein, ich dachte, du verarschst mich, ich dachte, der wird nicht um die Ecke. Das ist geil, wenn jemand so mit Fuse geht, im Auto spielt, zum Beispiel der Outlast, oder so eine Fuse sehen wir. Ne, fein Luca sagt dann andauert, irgendwann glaub ich ihm ja nicht mehr. Und wenn man steht, der wird nicht um die Ecke nehmen und gibt meine mit. Ey, der hat noch neun, der mit der Shotgun, neun, ich hab ihm Headshot gegeben. Super, der hat nix mehr. Der tönt sich nicht mehr. Der ist wieder zurückgelaufen. Stimmt zu, zu schauen wie der schießt man schon im Mikkel. Einmal im Bogen um den Kopf herum, so im Halbkreis. Ja, wie gesagt, ich lerne dieses Spielen. Muss man mal ein bisschen Public spielen. Nein, ich spiel Public nicht. Public ist langweilig. Ich weiß, wann ich wieder war. Der schießt ungefähr so. Naja, was sag ich, ich mag Public nicht. Ich spiel einfach nicht Ranked. Public ist auch scheiße, weil ich hab das Gefühl Public macht deutlich weniger Schaden. Also die Waffen machen dann deutlich weniger Schaden. Ich find's auch langweilig, weil da jeder mal vollgeiert ist. Da hast du nicht diese Situation. Muka, schön die Fuse-Kit kommen. Wenigstens wenig Kletter, das ist mein Ziel gewesen. Der eine hat ne geile M4, wusstest du? Oder ist das ne Sniper? Ne, das ist ne M4. Das ist ne M4. Megageil. Der Phil guckt erstmal zu. Ne, ich hab in der Auge geschossen. Die Platt bei B. Die sind schon B. Die sind die noch. Ach, jetzt sind die Außen am Durchlauf. Kannst du die Tür aufmachen? Ah. Oh. Der Till hat mich da geblockt. Till das Problem ist, links von dir in der Tür wird einer stehen. Hast du ihn nicht geblockt? Nee. Der kam nur aus dem Schacht rausgelaufen, ganz geschält. Nee, ich schielte die Tür ab. Ich sag so Till, kannst du mir die Tür öffnen und der blockt mich die ganze so. Steht also die ganze Zeit mit meiner Granate. Till, den in der Tür musst du immer als erstes ausstreichern mit so einer Brandgranate. Oh, wenn da jetzt ein Shotgun... Luca? Ich glaub der Luca wird hier noch gerankt, ne? Wir brauchen aber einen Sieg. Till, 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 Till! Ich hab Matchup bekommen. Ich hab einen 30 Damage gemacht. Der Rush durch Pommesbude und Till steht die ganze Zeit auf der Pommesbude und macht einfach nix. Du bist auch so eine Pommesbude. Der mit seiner Pumpgun, ne? Der ist richtig lästig. Oh, das war letzte Runde, ne? Naja, jetzt reicht es nicht. Aber 10,5 ist okay. So der Durchschnitt, was man hier spielt. Kannst du mir auch helfen, Perry? Oh! Oder Luca? Ne, Luca hilft mir. Ich mach schon. Ich bin ja Teamplayer im Gegend dazu, Perry. Ich hab's auch hier erstellt und so AWP-Smoke werfen. Ich hab's auch hier erstellt und so AWP-Smoke werfen. Ich hab's auch hier in der Demo gerade. Nicht wundern. Ihr könnt durch. Ich schuld. Von hinten, von hinten. Oh Mann. Hört die Bombe? Luca hat die. Oh. Alle außen an der Bombe. Ja. Sag's euch noch. Das verlieren wir. Nein. Glaube ich inzwischen auch. Aber ich geb nicht auf. Ich kauf mir gleich ne AWP. Dann wird das schwer. Der Aim war gut. 3 Schüsse, 3 Hits mit der Deagle. Aber die Deagle ist halt eine beschissene Waffe. Die kauft normalerweise keiner. Nimm lieber die Tech-9. Die ist mega scheiße. P250. Das beste Waffe. Oder diese neue. Es gibt diese neue Autopistole. Die ist übertrieben gut. Tech-9. Ist das die? Die ist auf jeden Fall übertrieben diese Tech-9. Damit töten die mich immer aus der Distanz mit dem Dauerfeuer. Komm wir spielen langsam. Eine Tür. Ja. 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 Hätte ich vorher doch noch mal hoch gucken sollen. Ich mach nur eine Save from. Hab ich nichts mit dem AB Team. Denn ich kauf sich ne Shatme. Kann mir eine hoch nehmen? Alter Parry, ist das dein Ernst? Ja, wieso schießt du jetzt auf mich? Das ist falsch mit dir! Da will man... Wichtiger Vollhaus-Otto bist Ich glaub, das verlieren wir noch Luka, komm, hol dir den! Luka, komm, hol dir den! Hä? Hm, hat er durchgeschossen! Hat er auch! Jaaaa! Der hat noch 21 Leben! Der Till! Über dir Till! Guck da oben! Ja, da oben steht der! Da! Genau da! Geh rückwärts zurück und dann siehst du den! Rechts, weiter rechts! Der ist über der Pommesbude! Da oben wird der angebot sein! Der ist schon wieder zurück! Der war nicht da, wo es mir angesagt wurde! Der war bestimmt... Der ist hintergesprungen! Luka, wo warst du eigentlich? Du warst schon tot! Jaaaa! Ich hab jetzt ne AWP! Jaaaa! Jaaaa! Ich glaub, ich werf die Bombe immer weg! Passt sie! Kann mal einer mit außen! Wir gehen außen jetzt! Ich geh in! Ah, ich bleib bei dem Bob! Bei dem Bob! Ja, ich bin Zweiter! Jaaa! Jaaa! Ich bin Vierter! BIO! Hehehe! Außen! Außen! Du K.O. warnt ja! Oh Gott! Wer wird denn so ne dreckige Team? Wir haben bisher zwei! Wieso seid ihr nicht einfach außen mitgekommen? Wir hätten die da alle weg geholt! Ich war außen! Ja, aber du warst der Einzige! Bleib bei Luka! Der ist nur ein Führer! Jaaa! Das ist alles andere als Teamplay! So gewinnen wir das Game nicht! Mie 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 Mie! Wär der Parry nicht so schlecht! Jaaa! Der Parry war der Einzige, der gerade im Team gespielt hat! Wird meine Oma ja besser! Aber das Luka besser ist als Parry nicht! Ich bin auch der Parry! Hehehe! Was sagt das? Block, 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 block noch mehr bitte! Block bitte noch mehr! Doch gegen mich rennt! Steff! Mach! Oh ey! Das war nur einer von uns! Die Blendgranate! Nee, das war ein Gegner blind! Nee, nee! Das war dieser Haus-MO! Lobby! Nice Parry! Nice! Warte, warte! Ich mach das noch! Boah Luka, geh mir bloß jetzt nicht auf die Eier! Okay, tut mir leid! Ich mach das noch! Ich mach das noch! Und der verarscht nicht! Hm! Wichtiger Verarscher ist das! Wichtiger Verarscher ist das! Tyl, so wahr! So wahr, Tyl! So wahr! Ich versuch nochmal aus! Ich versuch nochmal aus! Jetzt wird's zu kommen! Tygoy! Tygoy! Komm so an, ich geh um! Der Mucker geht aus! Helfe ich den mal aus! Ich bin der Bombe gefolgt! ABP, ABP ist da! Kannst du dich hier ducken? Kannst du dich hier ducken? Willi! Luca! Willi mal die Bombe! Ja, Luca, beim Aufnehmen der Bombe bin ich gestorben! Ja, du hast die direkt vor den Gegner geworfen was! Was? Was? Wie viel ist es da oben? Hey Luca! Willi mal die Bombe! Wo war die Bombe? In der Lobby! Wo war die Bombe? Oh mein Gott, er stand noch da drin! Dann hat mir der Nate ihn sogar! 8 Schaden hab ich irgendwann gemacht! Ich denke, wie war mit der Shotgun, ne? Bezieht uns ab! Der ist richtig scheiße! Der nervt mich richtig! Dieser Silver! Er weiß einfach so! Er weiß einfach! Wie man mit der Shotgun killt! Er spielt einfach nur mit der Shotgun! Ja! Aber er weiß auch wie man die spielt! Immerhin trifft er nur als drauf! Nicht so chill! Wenn man damit den Team carried, dann kann man die nicht spielen! Ich weiß noch nicht! Ich weiß noch nicht! Nein! Der Schießabteil trifft mich! Ich weiß noch, dass ich scheiße bin von daher! Ja! Die sagten sowas! Ja, ich! Watsch! Du willst ja mal probieren! Ja! Smooth etwas fehlen Sie! A-Man variiert! dissociieren Sie! Ich sou main und nehmen sie für Häu! Hat dir die Bombe kostet mich?! Klar! Ich Amblig! uter Kack! λαpp Leppine mandates die sì! Juan G Segerdimelmik! Keine embed divines deskade ist! Rollstablappler! Auf 6 Min touren du siehst du das stimmt! Ich bin über dir. Kannst du... Ich hab aber AWP. Kannst du Pommes gucken? Jojo, ich guck. Mach du da, ich guck. Der letzte ist bei mir irgendwo hier. Die sind bei B, bei Rampe und so. Wir stehen hier gerade auf B, gucken auf den Boden und fragen, wie kann ich den schärfen? Mit D-Sinn. Jo. Terrorists win. Jetzt, come back, Leute hier. Come back. Ey, da ist ein Anti-Packler angefangen. Come back, wir waren noch nie weg. Oh, ich hatte das Gefühl, dass wir zwischendurch waren. Nein, 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 nein. So sechs Stunden in Folge verloren haben. Aber jetzt geht's wieder bergauf. Deutschland. Viertelfinale. Bis das Video kommt Deutschland wahrscheinlich schon im Finale. Ist so. Ich hab doch gar nicht den Franzosen gerade verliert, dass die verloren haben. Ja, aber... Benzema war mega stark wieder. Boah, ich bin voll geflasht. ... Aargh, die haben hier den Lobby geraten. Wir waren da bei mir. Ich weiß nicht, wer er da 100 Mal waren. Super, wie hat er mich geflascht. Links oben und unten steht der. Der Links oben hatt ich gehabt, wenn ich nicht geflascht wäre. Ich hab dich nicht geflascht. Aber du hast mich gerade geblockt. Nice Ich hab gar keinen gebraucht Bei allem, bei der Leiter Mann, er ist voll Da war noch einer, da war noch einer, noch einer Der hat mal nachladen Schieß, schieß, hinterher, hinterher, hinterher Da ist er, Luca, los! Los, Luca, den hast du Was hätte ich für runterspringen müssen Ich hab trotzdem Angst, wenn ich den Schuss nicht getroffen hätte, wär ich tot gewesen Ui Entschuldigung Gott Mein lieben Sahle Maul Luca, best Luca ist Matchmaker Luca, kannst du mir ganz schnell O helfen? Ich rush dann den AWP-Typ, dann können wir außen komplett durchrushen Ja, 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 ja Ja Hehehe 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 I'm throwing smoke Hey Luca Aber Perry, du bist fast gut getillt Hehehe 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 Ja, das stimmt wohl Wir sind vor allem, wenn du heute Geburtstag gekommen bist Wir müssen gleich seine Mist geworden Hehehe Hehehe Halt's Maul Du bist die Mist geworden, dass du ja nicht alleine hochkommst Du bist die Mist geworden, dass du ja nicht alleine hochkommst Ja, ich hab's gemerkt Ja, ich hab's gemerkt Ich hab 31 Damage gemacht Beide Down Ich weiß nicht, wo die Waffen von denen sind Ich brauch irgendeine Hilfe Ja 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 Hehehe 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 War wieder so ne Luca-Aktion Ja Drei Leute laufen da lang, alle drei, wir haben sie von der Schrot Ich wieder, ne, genau Als ob ihr nicht genauso versagt Ich war schon so Ich hatte immer ne Waffe Äh und? Ich auch nicht Da ist der Schuss der eine Hinshot sein könnte Ja Warte Never Da ist der Schuss der den Hinshot sein können Jaaaaaa Wo ist mein Mate Ah ne, ich hab ja schon mehr. Waren 3 Gegner. 5 HP. Ui. Ui. Ja, das war schon echt bisschen bitter, muss ich sagen. Das war ein bisschen bitter. Meeensch, dabei liegt der Außen so gut. Oh shit, Rampel. Harry, lass einfach quer durch A durch. Einfach sofort nach unten. Ich hab die Bombe hinter ihm. Luka, lass Rampel rushen. Alles klar, Rampel rushen. Ja, Luka, können wir gerne ein bisschen noch machen, wenn wir Dusche spielen. Aber gerne be a thing. Waren ist so gerne. Ich versuch's ja. Bitter uns. Luka. 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 Oh, schon mehr so'n fettes MD, ey. Oh, sogar mit Z-Track, geil. Luka. 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 Ich weiß ja nie was auf euch zukommen Jetzt hab ich 150, was auf Einfach mit Dauer vor dem Ekel Jetzt gibt es 250 Tote Ich hab'n Hit gemacht! Ich hätte die Bombe geplantet, aber ich würde sofort gebumst Weil wenn wir B-Rushen, dann können die nur von Schächtern kommen, sonst von nirgendwo ... ... Guys, wassup? Wieso verlierst du? Es ist Karma, Baby! Es liegt an mir Du bist genauso gut wie der andere Ja, das stirbt Egal, Luca, das ist vielleicht beim Lugfeld Oh, ja! B-Rushen Au, Luca hat nur Sniper-Bull Jetzt geht's los Wenn du wüsstest, ne? Go, Luca! Ich hab Angst! Leave me alone! Was bist du alone? Zeig mir deine Quickscope-Skills Vor dir sind die nebenbei schon außen, ne? Und da war auch einer Der kommt jetzt die Krippe hoch Boah, du hättest nur abdrücken Du wüsst nicht mal zielen Ja, ey, Perry! Sag mir mal, wenn du vor mir bist Ja, halt Luca, hilf mir mal nach hoch Wir machen ihn letztes Mal außenrush Außenrush hat immer bisher funktioniert Ich geb noch nicht auf Ich geb noch nicht auf Was? Take care of yourselves Boah, wenn sie toll hier Rennen Was, ich soll dir hochhelfen? Ja Am besten heute noch Am besten heute noch Das heißt, dass du mal selbst auf die Reise kommst Ich bin zu blöd dafür Ich, ich weiß Ich gerade auch AWP ist dort Außen, oben Catwalk Oh, einer von uns BAN Ey, hast du nicht gesehen? Oder der Halbding getarried Weil man das war Fällt dir jetzt um und fest Ich bin ganz gut Oh, Luca Oh, Luca, man GG Knapp GG, well played Yo, respect Greenpeace Sorry Gizipizi Lemon squeezy Lemon squeezy Ja, das ist das Obwohl nicht Ich bin doch vor dem einen Typen GG Yo, Leute Danke fürs Zusehen Ich hoffe, CS hat euch gefallen Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen da oben da Oder einen Kommentar Hier oben habt ihr jetzt noch das letzte der See-Video Und unten habt ihr den letzten TTT-Part Haut rein Schönes Wochenende euch Schöne Was Bis zum nächsten Mal.